Wir haben Wassertemperatur 12 Grad, wir haben Ende März, das heißt Frühlingssession. Wir haben einen leicht erhöhten Wasserstand, was ja auch immer noch mal eine ganz besondere Dynamik in das Ganze reinbringt. So hoffen wir zumindest. Dementsprechend sind wir zusammen am Fluss für eine kurze Feierabend-Session sozusagen und schauen uns mal an, was hier heute passiert. Erste Aktion. Wir haben gerade eine halbe Stunde jetzt gesessen. Wir haben gerade was gegessen und jetzt ist hier die Route abgerauscht in der Uferkante oberhalb vom Baum. Der Plan hat geklappt, da einen aufzustecken oder rauszulocken. Zugeschnappt an der Uferkante, wie man es kennt. Vielleicht kam er aus dem Holz, vielleicht auch nicht. Ist uns wurscht. Im Endeffekt, der Plan ist aufgegangen. Wir haben Fischkontakt und vielleicht kommt ja noch was.